Hi, ich bin René, ich bin Produktentwickler bei Canyon Bicycles in Koblenz und zeige euch heute das neue Pathlight ILSL. Für das Modelljahr 2018 erweitern wir unser Fitnessportfolio mit dem Pathlight ILSL, um ein Rad, das nicht nur dafür gedacht ist, sich auf festem Untergrund zu bewegen, sondern mit der Bereifung und der Federgabel wirst du auch fernab von jeglichen betonierten Straßen Spaß haben auf jeglichen losen Untergrund und wird dein Begleiter auf jeglichen Terrain sein. Hervorzuheben ist der leichte Aluminiumrahmen, der sich bei unserem Grand Canyon ILSLX schon bewährt hat. Wir haben konifizierte Rohre, wir haben eine Aufnahme für Gepäckträger, wir haben eine Aufnahme für Schutzbleche, wir haben an der Front eine 75 mm SAA Sun Tour Gabel, die dir möglichst besten Komfort auf jeglichen Untergrund bietet. Für guten Grip sorgt ein 40 mm Maxxis Rambler Reifen vorne sowie hinten und die VCLS Sattelstütze von Canyon wird dir bestmöglichsten Komfort auf jeglichen Terrain bieten. Das Pathlight ILSL wird es in vier Paraispunkten geben, von 999 Euro bis 1599 Euro. Es wird drei Shimano Specs geben und einen SRAM Specs mit einer GX Eagle und einer Gripshift Schaltung. Das Bike geht während der Eurobike online und ist für dich spätestens im Herbst verfügbar.